Was ist arterielle Spannung? Die arterielle Spannung ist der Druck, der von Blut, das sich vom Herzenweg bewegt, auf die Wände der Arterien ausgeübt wird. Wenn Ärzte den Blutdruck bei Patienten messen, nehmen sie üblicherweise die Messung an der Arteria brachialis im Arm vor, wobei sie die arterielle Spannung in dieser Arterie als Bezugsrahmen verwenden. Es gibt eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, den Blutdruck zu messen, einschließlich der Verwendung invasiver Techniken wie Monitore in den Arterien, eine Option, die manchmal in Krankenhausumgebungen verwendet wird. Jedes Mal, wenn das Herz schlägt, wird eine arterielle Spannung erzeugt, während Blut in die Arterien gedrückt wird. Das Kreislaufsystem ist eine riesige Pumpe, die unter Druck arbeitet, um Blut durch den Körper zu transportieren. Wenn sich das Blut weiter vom Herzen entfernt, nimmt die arterielle Spannung ab und fällt in kleineren Arterien schnell ab, während es sich zu den Ecken des Körpers vorwärts bewegt, bevor es über das Netzwerk der Venen des Patienten zurückkehrt. Eine Druckmessung an einer einzelnen Arterie liefert Informationen über die arterielle Spannung an dieser Arterie. Diese Informationen können verwendet werden, um einen mittleren arteriellen Druck zu extrapolieren und andere Informationen über das Kreislaufsystem und die Herzgesundheit des Patienten zu sammeln. Druckmessungen werden während der Systole und der Diastole, dem hohen und dem niedrigen Druckpunkt, durchgeführt. Die normalen Bereiche für die arterielle Spannung variieren je nach Alter und Fitness. Bei Patienten mit ungewöhnlich hoher oder niedriger arterieller Spannung kann das Risiko von medizinischen Komplikationen bestehen. Schwankungen des Blutdrucks können auch ein Anzeichen für eine Krankheit bei einem Patienten sein, die auf ein Problem im Herz-Kreislauf-System hinweist. Chronischer Hochdruck kann die Arterien belasten und mit einem erhöhten Risiko für Erkrankungen wie Schlaganfall einhergehen. Wenn ein hoher Druck festgestellt wird, kann ein Arzt diagnostische Tests empfehlen, um festzustellen, warum und Methoden zur Kontrolle oder Reduzierung dieses Drucks untersucht werden können. Viele Patienten sind mit dem Prozess der Messung der arteriellen Spannung an der Arteria brachialis im Arm vertraut, bei dem eine Manschette angelegt wird und ein Arzt auf den Blutfluss durch die Arterie achtet oder eine automatisierte Vorrichtung zur Blutdruckmessung verwendet. Wenn eine invasive Messung erforderlich ist, kann ein Arzt zwischen mehreren Arterien für die Platzierung einer Kanüle zur Überwachung des Drucks wählen. Da diese Methode Risiken für den Patienten birgt, wird sie nur angewendet, wenn ein Arzt dies für erforderlich hält, und sie wird hauptsächlich in Krankenhausumgebungen angewendet, in denen Patienten engmaschig überwacht werden können.